Hallo! Herzlich willkommen! Mein Name ist der Siedexer für Freitag den 5.4.2024 und mein Bild ist klasse! Der Osterhase ist weg! Kaputtgehauen! Und er freut sich, der kleine Bär. Es hat er prima gemacht. Also wir haben gestern darüber gesprochen über die üblichen Besonderheiten für den Donnerstag, haben insbesondere die zwei Zonen besprochen, ihr Knabbel über die 4.20, was dann da 4.30 bis 4.70 sein sollte und eben, dass er durchaus auch zum Donnerstag eben wegen diesem langsamen Anstieg noch das Zeug hätte in dem Bereich um 281 runterzusetzen. Wir hatten auch gesagt, dass er, wenn er da unten eine grüne Stundenkerze reinstellt, auch durchaus wieder einen ganzen Meter zurückkommen kann. Die Chance hat er ja gar nicht mehr bekommen, jetzt wenn wir das so uns anschauen. Und da nochmal großartig aufzudrehen, dafür kam das dann einfach zu spät. Hat aber an sich gut geklappt. Wir hatten ja klar und deutlich gesagt, die 4.30 hat das Zeug, den Donnerstag hart nach unten zu hauen. Er muss es bloß liefern. Und er kam relativ spät zum Decke. Ja, ich glaube der eine oder andere von euch hat ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt, weil als er vom Ambrotstisch zurückkam und die ganze Show war schon vorbei. Das war ein bisschen gemein im Zeitfenster, aber dennoch von der Bewegung gut gemacht. Einziges Manko, ich hätte mir gewünscht, dass er vorher nicht zu doll schon hier so rumzuckt und rumfummelt. Der hat ihn ein paar Mal schon so angetäuscht und verzögert und nach unten angetreht, dann nicht angenommen. Das hat dazu gedient, die Leute da ein bisschen rauszueckeln halt, dass die keine das haben und glauben, dass das nichts mehr wird heute. Und dann hinten raus noch richtig rausgezogen. Donnerstag voll durchgezogen. Sicherlich schwierig für die meisten zu handeln gewesen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wirklich einige nicht mit dabei gewesen sind. Und das birgt nun aber Risiko für den Freitag. Weil wenn die Leute nicht mit dabei sind, was machen die? Wer einen Shortpass hat, was macht der automatisch? Die geht long. Ja, total bekloppt. Ja, das macht man übrigens auch nicht. Also wer professionell versuchen will zu traden, der agiert so nicht. Aber wir gucken ja immer an, was machen die Leute, weil daran können wir lernen. Ja, weil das ist das beste Beispiel. Guckt ja an, was 80 Prozent der Leute machen, 80 Prozent verlieren und man weiß, wie du das richtig machen kannst. Ganz platt gesagt, ja. Und die hacken jetzt dagegen. Das lässt natürlich für den Freitag auch das Potenzial zu, hier unten ein bisschen durchzuhauen. Deswegen würde ich diese Linie hier ganz gerne wegnehmen, weil, kommen wir gleich dazu, der gegebenenfalls eine kleine Freitagsbesonderheit machen kann und bestimmt auch wird, dass er ein bisschen tiefer rein startet und uns vorzeitig schon hochtritt, vor uns zum Ziel. Wir hatten ja gesagt, die nächste Station ist dann hier unten, diese, diese Passion hier um 1840, äh 18.000 und wenn wir jetzt aber hier mit unserer klassischen Kerzen, Kerzenmethode sag ich schon, mit unserer klassischen Kerzenmethode rangehen, kann das durchaus sein, dass der bei 100, also es liegt hier so knapp um, um 18.100, bisschen tiefer würde ich sagen. Ich habe es auch nicht ganz getroffen jetzt hier. Warte mal, ich gehe mal kurz mit dem Fibur an, das ist leichter abzutragen, dann kann ich mit dem Magnet das hier griffiger machen, dann haben wir es wirklich ganz genau, ähm, das, wir haben das Risiko, dass der uns am Morgen schon oder relativ früh reingetragen wird, 18.1.4, guck mal, 1.04 ist es sogar, ähm, und von 18.1.4 dann wieder nach oben auftritt und vielleicht sogar den restlichen Tag steigt, das kann dann durchaus so sein, wie das jetzt hier Mittwoch-Donnerstag war oder Donnerstag-Vormittag war, vom Charakter her, ja, ich gehe nicht davon aus, dass der jetzt hier unten ans Tief geht und dann am Abend irgendwo bei 18.450 schließt, wäre eine coole Nummer, ohne Frage, aber ich glaube, das wird dann eher sowas, was wir am Mittwoch bekommen haben, wenn er es denn anspielt. Das wollte ich bloß erwähnt haben, weil das wäre eine typische Situation für den Freitag, dann hätte er mehrere Szenarien bedient, wir würden in der roten Wochenkerze bleiben, ähm, wir hätten einen klassischen Freitag mit Stärke wieder ein bisschen drin, die Freitag wäre dann wieder grün, äh, hat, äh, signalseitig die Leute so, dass sie nächste Woche wieder da stehen, ich wissen, steigt er jetzt oder fällt er jetzt, das ist ja auch immer wichtig, der Markt positioniert sich gerne an den Bereichen, wo eben eine Entscheidung getroffen wird, ja, das, das, das kann man eigentlich immer schon vor, vorweg erwarten, wenn man so große Bereiche hat, wo eine Wegzweigung ist, stellt sich immer an blöden Zeiten dahin, weil er eben weiß, dass sie alle verunsichert sind, dann nicht mit bei sind oder verkehrt rum bei sind und dann kriegt er wieder schön Umsätze rein und das ist der Grund, warum sich der Markt bewegt, wie er sich bewegt, ja, er will Kohle von A nach B schieben und zwar von den vielen kleinen Armen auf die wenigen, die schon eh genug haben und, ähm, wir können das für uns nutzen, indem wir einfach das immer ein bisschen mit berücksichtigen. Was würde ich also sagen? Ich würde sagen, entweder starten wir zum Freitag nach oben rein, machen unseren Rücklauf 300, 360, das werdet ihr von Beginn an sehen, also ich glaube, da musst du auch nicht bis, 9, 10 Uhr warten, das wird man schon 8 Uhr, 8, 20, 8, 30, wird man schon sehen, ob der hochdrückt oder ob er nach unten drückt und wenn er hochdrückt, hätte er jetzt von hier, von 200, definitiv das Zeug in die 260, äh, reinzusteigen, 240, 260, aber eben auch 300 und 360, wobei ich 360 ein bisschen ausklammern würde, ich würde denken, das würde eher unterhalb von 360, so vielleicht im Bereich um 3,35 dann passieren, gestern haben wir gesagt, von hier unten hoch auf 360, ja, ähm, würde ich für den Freitag speziell jetzt ein bisschen anpassen, dass es dann hier so Richtung mittleres Band geht und das liegt unterhalb von 360 dann, ja, ähm, also drückt es sich nach oben, hat der Rücklaufpotenzial anders tief hier ran, 240, 260, weiter dann in die 300 und dann so 3,35, ja, könnte mir eher vorstellen, dass 3,35 dann angespielt wird und er dann aber eher zurückrudert, ähm, und auch noch mal unter die 300 zurückfällt, ja, das wäre das Szenario, wenn er direkt frontal nach oben steigt, ja, das sind die Anlaufstationen, die wir dann haben, er müsste im Bereich um 3,40, 360 klar und deutlich durchlaufen, also durchziehen, ohne irgendeine rote Katze zu spucken, dann kriegt er das auch hin mit Tagesstoß über 18,34, würde ich aber so erstmal nicht einplanen, ja, wir haben gestern gesagt, dass wir erwarten, dass er hier oben sich jetzt ein bisschen blockiert, mehrere Tage, Wochen vielleicht sogar in den Seitwärtsmuster reingehen kann und, äh, da würde das besser passen, wenn er hier unten ein bisschen die Spannung aufrecht erhält, wenn er sich zu, zu hoch rausstellt, dann wird er hier nächste Woche direkt wieder oben auf neues Allzeithauch geschoben und das würde nicht auf die Tageskerze passen, die hier gekommen ist, dann ist es eine Signalkerze, eine potenzielle Umkehrkerze auch, ähm, und wir haben gesagt, dass die nach unten wieder was anfedern kann, jetzt ist es bedient worden, kam auch schön Stress rein, na, und da wird er bestimmt noch was weiterziehen, ohne, dass jetzt aber unten zu viele, ja, es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn er jetzt einfach wirklich richtig durchballert, würde er nicht machen, das wäre zu schön, ja, der wird sich auch eine Fuschelei überlegen, um die Leute hier wieder zu floppen und das könnte eben sein, dass er in dem Bereich hier knapp zwischen 18,1,20 und 18,80 einen Tief rein stellt und von dort dann einfach sehr fummelig, wie so Mittwoch, hier dann wieder nach oben zurücksteigt. Das wäre für mich eigentlich das Wahrscheinlichste, was ich am Freitag erwarten würde, aber er müsste dafür auch wirklich schwach reinkommen, man müsste das sehen, also das müsste bis 9,30, müsste der sein Tief hier unten haben, ja, und dann könnte das stellen, wenn er da nur nach oben drückt, würde ich eher denken, wir kriegen ersten Schwung nach oben und dann nochmal nach unten und enden im besten Falle plus minus 0 einen Tag, den Freitag. Das wäre dann eher so ein Hinher-Tag, ja, der aber quasi eine Seitwärtsorientierung kriegt, ja, nicht so ein klassisches Schaukel, sondern wirklich eine Bewegung rein und eine Bewegung wieder raus, ja. Unten, um zu übertreiben, müsst ihr halt die 100 dann durchschauen, müsst ihr durchschlagen, dann wäre die 18,40, 18,000 die nächste und wenn er dann auch dort durchsegelt, müssen wir mal gucken, ob wir hier unten noch irgendwo Gaps haben, wären dann die nächsten Stationen bei 17,880, 17,800, 17,880 als nächste Station, aber unterschätzen wir den Bereich erstmal nicht, also eine 18.000, 18.40 wird auf dem Niveau sehr, sehr, sehr wahrscheinlich erstmal gut verteidigt werden, ja, das kann in einer Weile ausbremsen. Gucken wir auch mal an den Tagesschart, dass wir nichts übersehen, ja, ist ja an der Stelle immer ganz wichtig nochmal raufzugucken, ja, und hier sehen wir auch, guck mal, wie viele Tage der hier alleine gerandelt hat, also das ist, das wäre ein typischer Bereich, um dann auch nochmal ein bisschen, vielleicht sogar auch einen Break zu gehen, dass er dort einfach ein bisschen zur Seite dann schiebt auf dem Niveau, wenn er es denn macht, wenn er den wirklich nach unten durchrasselt, aber wie gesagt, guck mal, auch mittleres Tagesband, das liegt jetzt auch hier im Bereich um 18.100, ich würde tippen, runter auf die 18.100 und dann wirklich ewig zäh ein bisschen in den Rücklauf nach oben wieder zurück. Das wäre jetzt so mein favorisiertes Szenario für den Freitag, auch wenn das hier keine Kristallkugel ist, auch wenn es hier nicht darum geht, die Zukunft vorherzusagen, ja, vergesst das nie, das ist niemals meine Absicht und ich erwarte das auch nicht vom Markt, dass er exakt das so macht, wie ich das, wie ich das beschreibe. Ich versuche quasi nicht die Zukunft vorherzusagen, sondern Szenarien zu bilden. Ich versuche Szenarien zu bilden, die der DAX typischerweise jetzt einfach machen würde und lege mich aber nicht für eines fest, auch wenn ich jetzt sage, das wäre für mich am wahrscheinlichsten, gucke ich mir trotzdem an, wie kommt der rein und wenn ich sehe, er bewegt sich in einem von diesen Szenarien, die wir durchgesprochen haben, dann handle ich das Szenario ab und gehe mit, versuche mit dem Markt die Bewegung dann eben abzutraden. Ja, aber ich würde mich auf keinen Fall jetzt hier irgendwie hinstellen und um jeden Preis noch da drauf dann traden, wenn es überhaupt nicht so aussieht, wie das, was ich beschrieben habe, dass es noch da drauf hingeht. Ja, weil es ist keine Zukunftsbekommen, das ist keine Hellseherei, was wir hier machen. Auch wenn es oft so wirkt, weil es dann doch manchmal sehr, sehr, sehr nah dran ist, aber es ist es nicht. Ja, also denkt in diesen verschiedenen Szenarien und seid offen für die Möglichkeiten, die ihr bieten kann, dann habt ihr auch eine gute Chance, da eure Punkte eben mit rauszuziehen. Ja, okay, ihr habt es verstanden, ihr wisst es ja, ihr seid auch, die meisten sind ja auch schon eine ganze Weile dabei. Mein Lieblingsszenario für den Freitag kennen wir, gucken wir mal, ob der Junge sich hier nochmal freut oder ob er jetzt eine Backpfeife kriegt. Ansonsten wünsche ich euch dann schon mal ein schönes Wochenende, gutes Gelingen am Freitag und dann hören wir uns spätestens am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag. Tschüss!